Hallo! Jeder Studiengang besteht aus einer bestimmten Anzahl von Modulen. Diese sind thematisch sortiert und bestehen aus einer bestimmten Anzahl von Lehrveranstaltungen. Ziel des Studiums ist es, die Module eines Studiengangs erfolgreich zu absolvieren. Nehmen wir als Beispiel den Studiengang Maschinenbau. Hier sollen im ersten Studienjahr die drei Module Einführung in den Maschinenbau, Mechanik 1 und Physik erfolgreich abgeschlossen werden. Das Modul Mechanik 1 besteht aus zwei Lehrveranstaltungen, in denen eine Reihe von Leistungen, zum Beispiel schriftliche Hausaufgaben, zu erledigen sind. Zusätzlich gibt es eine benotete Abschlussklausur, in denen die Inhalte beider Lehrveranstaltungen geprüft werden. Man nennt sie Modulabschlussklausur. Das Modul gilt als bestanden, wenn die Modulabschlussklausur und die zusätzlichen Aufgaben erfolgreich absolviert wurden. Die Note für das Modul ist in der Regel die Note der Modulabschlussklausur. Wie viele Module man auf diese Weise bestehen muss, um einen Abschluss zu bekommen, ist von Studiengang zu Studiengang und von Hochschule zu Hochschule verschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017